Musik Schnelligkeit, Passgenauigkeit und Teamgeist, sie sind die wichtigsten Eigenschaften beim Hockey. Eine, die das alles vereint, ist die 15-jährige Pia Mertens. Nicht umsonst steht sie auf der Liste der Nominierten zur Sportlerwahl des Jahres. Das ist schon auf jeden Fall eine große Ehre, dass man da so dabei sein kann und auch unter den besten dreien. Das ist schon so eine Bestätigung. Also ja, hat mich echt gefreut. Für mich ist es eigentlich so, mein Leben sozusagen. Ich bin schon damit groß geworden und ich kann mir auch eigentlich ein Leben ohne Hockey nicht so richtig vorstellen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Mehrmals pro Woche wird dafür hart trainiert. Doch für Pia überwegen die Vorteile am Sport. Auf jeden Fall, dass es ein Teamsport ist, also Mannschaftssport. Es macht mir einfach total Spaß. Und wenn ich meine Freunde mit meinen Freunden spiele und wir verstehen uns alle total gut. Und ja, das ist einfach und das Gewinnen natürlich auch. Ja, das reizt schon. Wenn es ums Gewinnen geht, dann hat sich Pia auf jeden Fall den richtigen Klub ausgesucht. Schließlich gehört der Hockey-Club Raffelberg zur deutschen Spitze im Mädchenhockey. Und auch Pia konnte bereits zahlreiche Gewinne verbuchen. Zuletzt überzeugte sie mit der Hockey-Ur 16-Nationalmannschaft bei einem Fünf-Nationen-Turnier in England. Besonders dann, wenn es eng und brenzlig wird, läuft Pia zur Höchstform auf. Nicht selten gehen die entscheidenden Schlusstore auf ihr Konto. Dabei hat sie wohl das beste Vorbild in ihrer eigenen Familie. Dabei ist Mutter Susi nicht nur dreifache Olympiateilnehmerin im Hockey, sondern auch Trainerin der 15-Jährigen. Eigentlich ist es ganz cool, aber oft, also es war vor allem früher so, haben wir so das Sportliche und das Private so ein bisschen vermischt. Das ist halt zu Problemen gekommen, aber inzwischen können wir das ganz gut so. Doch unabhängig von den Leistungen ihrer Mutter weiß Pia ganz genau, wo ihre Qualitäten liegen. Dass ich in jeder Situation immer den Sport kann und ich meine Mannschaft unterstützen kann. Und wer weiß, vielleicht reichen diese Eigenschaften aus, damit sich Pia in Zukunft Sportlerin des Jahres 2014 nennen kann.